Der Rucksack liegt noch hier. Ja, wow. Ich konnte eben nicht rennen. Ja, Knochenbruch haben wir einfach. Soll ich einfach mitnehmen, obwohl ich werde dann übergewichtig sein. Ne, nimm mal nicht mit. Komm schon. Ey, du aimt uns ab. Was macht der hier? Hallo. Bis dich. Das ist meins. Hier, komm. Hier rein. Oh, fuck. Was? Das finde ich nicht so geil. Ja, ist ja auch mal passiert. Mein Zeug liegt noch da, ne? Ja. Aber ich sehe jetzt gerade nicht mehr, ob dein Zeug noch da liegt. Sollte eigentlich. Ja, ja. Mal. Jetzt noch mal. Ja. Du bist denn eigentlich auf dem Container da oben gekommen? Ja, das habe ich dir eben gezeigt. Du musst genau auf den Container rauf, da wo ich... Zeug geht. Achso. Achso, ey, da, bei dem... Hier. 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 Wie ihr es hinkacaktet. Ja? Ja, ist es halt genau der Falsche. Ich weiß, wenn ich da reingehe, werde ich irgendwo im Himmel spawnen. sind halt immer noch da oben drauf glaube ich halt irgendwie am arsch, ansonsten kommt man da ja nicht rauf glaube ich da hinten muss ich hin weißt du was das gefährlich ist? dieses W was du machst das ist ein auf B B nicht B der lasst du halt nach vorne, wenn es quasi oh ja ja ok ich habe zwei radio, zweimal radio, full can, zweimal vaseline, zwölf shotgun schuss auch ganz gerne geben ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal rausgehen können wir machen fahr mich aber trotzdem immer noch da hochkommt wir stehen da beide oben oh mein gott, hier ist noch eine storage box eine richtig richtig fette rushonka, shells und car wheel key hier oben bei mir es muss teleporter gehen der typ war gerade auf dem Dings, da hang er gerade drauf er wird dann nicht so schnell wenn wir auf der anderen Seite lang gehen und gucken hier warte, hier warte, 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 warte wie sieht denn das Handeln aus, offer better, warte was willst du denn Handeln hä, ne, 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 doch was, was willst du denn Handeln warte, warte, ja hier du kannst doch einfach Dings da, einfach droppen ja, gut ich wollte es einfach mal so gezeigt haben also ich habe mit der, mit der, äh ist jemand drin, ne, bei mir mhm da ist ne Kiste kann man einfach vielleicht so ne gut, ich werde zu krank da folgt dir der Boy Jesus mäßig meinst du? vielleicht das ist die Frage da ist noch was hier ja, hier fuck hallo ja 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 ich bin doch ein Mann das liegt nun so rum und auch 100% bei mir echt? ich habe eine Katzenstatue Franzestatue egal, wie komme ich jetzt hier runter? äh, über die Röhre hier vorne sind Röhre ja, vorne sind Röhren obwohl doch 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 guck mal, und denn hier an der Seite hier an der Seite guck siehst du das mitteilen ja das hier ja okay lass mal weg ich habe eine katzenstatue ich habe aber noch keine 100 prozent immer da ein bisschen auf dem dach spazieren bin ich was fehlt mir aber naja aber ich habe immer noch keine prozent ich bin einfach da wenn du gesteppt 40 sekunden knochenbruch man kennt ok der eine typ redet pick all items ja was was hier ein bisschen trinken zieder ich finde es halt ein bisschen finde ich doof dass man nichts sieht wo man also für sowas weißt du wo man noch hin muss weil ich meine ich bin ja jetzt auf dem ersten hier auch nochmal hin und her steppen oder ist es wegen der katzesstatue nee weil der beute ist da oben immer noch nee ich hatte davor wie gesagt der beute ist da oben immer noch ja und wenn du willst kann ich in dem antworten mal gucken ob das 100 prozent sind ich meine es ist ja nur eine vermutung weißt du wie ich meine ja der wird so penetriert ach man jetzt will er wird angegriffen hier vor mir wer ist denn da der typ mit der ich will endlich nur durchziehen muss ich sagen der ist richtig low richtig richtig low da bei den kabel dingern beim holz ding ja genau da ich bleib doch nicht stark natürlich ein wort schon noch doch auf jungs wir können über alles reden noch diese scheiß katze jetzt mit ja ich wurde gekillt ich habe alles gedroppt was sind jetzt bitte töten er hatte richtig low der hatte gefühlt zwei api nur noch ich weiß halt nicht wen du meinst oder der war rechts da oben ich habe keine piste schluss und schadkern habe ich auch keine slack mehr sondern nur noch dings da normale ja ich will halt meine sachen halt wieder haben ja das gut das ding macht richtig kommen ziehen wir jetzt erstmal durch ich muss erst mal nicht verarzt und dann können wir durchziehen dann können wir ja noch mal herkommen wegen das sind rum also durch container durch lagerhalle große angenehmer weil ich habe motor und so alles weißt du ich auch ich glaube ich werde drauf gehen weil ich bin außer sehenden dingster gelaufen ich habe nicht 24 sekunden lang gift das kickt alter okay ja aber pistolenschaden macht auch gut damage ne ja klar ich habe ja auf seinen kopf geballert so dann lass mal hör raus hey der hatte so also ich habe jetzt auch die katze ne die katze steht ja 150 da aber irgendwie wenn man verkauft das irgendwie ja ist klar dass man halt nicht 150 bekommt das ist halt wahrscheinlich wahrscheinlich so ein richtwert aber man kann halt mit einem sprint hier rüber aber ich frage mich machen wir jetzt eigentlich schon mehr damit mit der sniper oder muss man erstmals gehen wie meinst du es mehr damage mit der klar weil wir den hunter als klasse du kannst ja nicht jede waffe benutzen wieso sollte das nicht gehen weil du für bestimmte waffen bestimmte stärker aber das hat halt der hunter beziehungsweise der militär typ ach du scheiße holla hajete veno persona achi achi ich habe noch zehn shotgun oh nein ich bin gemütet oh mein gott dieses scheiß radio bringt einfach 70 der motor bring auch 70 der motor auch 70 der motor auch 70 die noch halb hast du statt er bringt 105 echt aber gut schade 43, ja Kalki sind aber echt wenig wert, schade Jute Vaseline, achso, geht nicht, schade Du hast nicht zufällig Dings selber, ähm Holz, vier Stück Gar kein Holz Okay Habs noch nicht mal gefunden Yes, so So, wieder 684 In meine Tash Ja, gut, ich könnte ein Revolver, aber irgendwie Nee Ich will halt, ich muss halt warten bis Level 10, ne Ich will nicht, ganz ehrlich, ich will einfach nicht die Squirrel haben Hm Es ist einfach Okay Hab ich ja Ich hab 3600 gerade Ich würde schon gerne die Fox haben, ne Die Fox klingt nice So Aber Rosin sieht auch nicht schlecht aus Ja doch Fox und dann, äh Ja doch 9, 18er Erstmal jetzt die gute Tushonka Junge Äh, hier, warte mal, wo ist's nur? Achso Erstmal, ja gut Erstmal, hast du für, hast du, äh, Shot oder Buckus luck? Schott. Okay, Schott ist auch okay. Ja, sind 20 Dinger, schenke ich dir. Der Miner ist gut für Shotguns. Ja. Mhm. Der will noch irgendwas. Hallo, everybody. Hallo. Gut, lass mal durchziehen. Mhm, kannst du einfach schnell auf den Boden droppen, ich heb auf. Äh, ja, ich drück immer Tab. Hallo. Dankeschön. Ich muss ganz kurz noch hier rüber. Muss irgendwas abgeben scheinbar. Muss nur abgeben. Ach, so wie ne MTE-Karte wahrscheinlich, ne? Ne, hast du so ein grünes Ausrufezeichen? Ja und ein gelbes Fragezeichen. Okay, ein gelbes Fragezeichen habe ich nicht. Ein grünes Ausrufezeichen. Ah, ist wahrscheinlich genau daneben. Ich hab ne Quest jetzt. Äh, wo man rare electronics fahren muss. Echt? Also ein Stück. Okay. Ähm, ja, das Ding ist halt. Wie viel bin ich da schon? Ähm. Habe ich gegessen? Ja, ist full vielleicht? Also Nahrung? Ja. Hm, okay. Ja, und dann kaufe ich noch ein Boot, zur Sicherheit. Was für Parts? Äh, warte. Dash in anomalies habe ich jetzt. Ne neue Quest. Äh, ich müsste noch das. Wurz hätte ich. Ja, den Key bräuchte ich. Äh, das Ding heißt... Boah, neu. Neue, 150 Token bekommen. Neue Chips. Hör mal auf, da zu spielen. Ich will auch jetzt eine Hunde spielen. Was kann es jetzt hier sein? Profi. Komm, gön, 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 gön. Papi muss dann zum Teil durchgeschlafen. Ich fühle mich jetzt schon wieder nicht gut. Ey, Digga, bei drei Schlagringen... Okay, letzter Spin. Letzter Spin. Bei drei Schlagringen kannst du 15.000 bekommen. Guck mal, wie tief du gesunken bist, Alter. Nur noch an der Spiegel sehe ich dich. Letzter Spin. Sicher? Noch eine. Okay, noch eine. Schlagring? Schlagring? Und? Okay, gut. Okay, ich würde schon sagen, du zahlst in die Rände. Was denn? Ja, Digga, ich habe einmal gewonnen und dann... Ich hätte noch ein Skill, wo ich... Wow, ich habe ganze 600 Dinger verballert. So, äh, wo wollen wir hin? Mir ist es eigentlich... Vor allem, du bist auf Level 6, ne? Ich bin noch Level 5, ey. Ja, aber ich die 100%er, das hat 5.000 Erfahrung gegeben. Und das fackt mich halt irgendwie schon wieder ab. Wo war ich denn bitte nicht, wo du warst? Ich durchsuche erstmal. Guck mal, ey. Die ist ja gar nicht, äh, dingste, alter Hoa. Siehst du's? Ich, äh... Das... Das geht durch die Wand. Ich wollte schon sagen, wir hätten hier die Leuchte angemacht. Hier warte mal kurz, was will denn der Typ bitte noch mit mir so... Jetzt hör auf, ich hör das. Was? Der möchte... Kann mich einer hören? Ich hör dich richtig laut. Der hat noch eine Quest, er will. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich brauch Kohle jetzt für den Typen. Läuft bei dem. Boah, ist das hell, die Flashlight. Aber das ist geil. Brightness jetzt auf 0, Ballheim Kappa. Machst du? Nein! Ich probier's mal aus, warte. Option... Brightness auf 1. Eih... Ist die hell da? Ist ein hell, Horrorgame. Du siehst halt echt nur in diesem Dings da. Deswegen erstmal wieder auf 100, damit ich Augenschmerzen bekomme. So, ich müsste noch den Rattenkönig hier unten einmal. Ja, ich auch. Wollen wir aber nicht erstmal meine MTE fertig machen? Ja, können wir auch rüber rennen. Machen wir wahrscheinlich alles doppelt und dreifach gefühlt. Ja, alles gut. Ist eher belastend. So, ich wollte dieses Holz weglegen, aber jetzt habe ich in Gang. Ich brauche noch vier Holz. Aber wie sehen denn diese Parts da aus? Electronic Parts? Äh, Microsoft. Hattest du gar schon mal einen gefunden? Den habe ich verkauft. Wie viel? So oder so. Hm. War auf jeden Fall nicht wursch. Die Quest wird wahrscheinlich wurscht. Die Frage ist nur, wo äh, kriegt man den Schlüssel? Wasser leuchtet rechts. Springen wir rein. Nein. Nein, nee, nicht. Manchmal die Flashlight. Ja. Das Feeling ist besser. Ja. Hast du das geklickt? Ja. Das ist von mir schon anstrengend. Aber von mir. Ja. Ich gebe nur so Zeichen. Oh, ich habe Draht bekommen. Das ist nice. Echt? Ja. Sehr gut. Na, Draht ist ja... Äh, ich habe die, ich habe die, äh, Dings. Ne, nicht 100. Hast du die 100 Prozent? Nein. Was dann? Ich habe die, äh, sag schon, Schere. Also, Knipse da. Oh, die Zange. Ja. Braucht man aber nicht zwei davon? Weiß ich nicht. Willst du mal nachbauen? Willst du das haben? Ich würde es, äh, ich würde es probieren, ja. Ja, äh, Trophy. Yes. Probieren wir mal. Wo können wir hier craften? Open Inventory Craft. Campfire Lockpick Blancs. Ah, nee, 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 Digga, du hast, nee, wir brauchen Steel Wire dafür. Okay, das war nicht falsch, um zu wissen. Ja. Steel Wire habe ich aber auch schon mal gefunden. Ja, ich auch. Ich habe es dir hier angelegt. Äh, lol, was war denn das für ein dummer Schuss? Das war die Shotgun. Okay. Oder irgendeine andere Shotgun. So, jetzt gehe ich hier lang. Ich komme mit. Na, das ist ein Shotgun mit Scheidämpfer. Der ist 37, Jungen, den schieße ich wahrscheinlich nicht an. Hm. Wo gehe ich denn noch lang? Wo, was? Hm. Wollen wir mal da ein bisschen steppen auf den Containern drauf? Also auf den, du weißt, was wir wollen? Auf den Hallen? Da war ich doch. Ja, da war ich doch noch. Ja, jetzt habe ich ja nicht mehr so einen extremen Druck, weil ich gefühlt schon alles... Verloren hab. Nee, nicht verloren. Ich habe ja alles wieder gehabt. Da oben liegt ein Beck. Ich bin falsch, bei dir ist der Teleporter. Und... Oh, Leute, da war auch eine Quest. Äh, ich bin falsch. Kannst du ja rüber... Ah, hier ist der Rucksack. Und das ist... Gefühlt Pisse. Also, äh... Watcher-verment. Also, vermentieren von dem. Richtig geil. Okay. Ich muss gleich mal eine Tüschonke essen. Ich hab halt wieder keine Stamina. Ich brauch Hilfe. Ach. Ich hab hier Stash in Anomalie. Wie, übernit? Das war die Quest. Also, für Stash in Anomalie. Ich hab eine Quest für den... ...Pypen gemacht. Okay. Anna? Nee, der guckt sich den Säckchen an. So. Ich hab immer noch 95%. Da hinten waren wir ja auch schon. Ja, ja. Ja, jetzt gehen wir mal Dings da. Wenn nicht, gehen wir nochmal einmal aus. Noch einmal hier lang. Okay, man slidet. Ja. Okay. Weg hier weg, bei mir auch nochmal die. Du hast probiert, so seitlich aufzuspringen, ne? Hm. Ah, runtergefahren. Was ist das denn? Automatic Fuses. Uh. Zwei Stück. Vorhülse. Bin ein bisschen weg von dir. Hier ist auch noch ein Teleporter. Ja, die Kisten. Hier, die beiden. Ah. Ja. Gib mir ein Sekund. Okay. Gut. Weil ich halt nicht weiß, ob das eine Siemer ist, weißt du? Warte mal. Da oben ist noch eine Kiste. Hier ist aber auch noch einer. Ja, gut. Oh. Ja, okay. Ja. Ich bin einfach der Watcher. Geht? Ja. Oh ja, stimmt. Okay. Ah, hier, hier, von der Seite. Kannst reingucken. Oh, ne. Eine große. Ey. Du darfst halt nicht vor... Das ist der Shotgun-Mond. Ja, kannst du nehmen. Guck mal, wenn ich jetzt... Guck mal, du... Mach mal. Da ist das vorlaufen. Kenn dich doch. Wollte ich bloß nicht mit Absicht. Hier ist ein... Weg. Und? Nee. Ja, ich geb's mit. Ja, gut, ne? Warst du hier schon in dieser Heizanlage? Ich glaub, da hab ich dich auch noch nicht gezogen. Spooky? Doch. Ja, genau da. Doch, hier war ich. Deswegen hab ich ja die Quest gehabt mit den Lockpicks. Kann man die... Okay, nein. Wie sie auch immer. Okay. Helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Hör auf dem Trashrumpf. Old und... Ah, ne. Sorry. Mitgenommen. Aber trotzdem ist... Hä? Aber in der Theorie war ich ja schon überall, wo du warst. Oder? Hier? Soll ich mal da rausgehen? Oder geht's da nur raus? Warte mal, hier drinnen vielleicht? Nee, geht's denn raus. Und vielleicht da hinten im Eck? Da, wo ich grad hinscheine. Weil hier hab ich da auch... Wahrscheinlich hast du die schon. Die 5%. Zwischen den Containern. Das hat wehgetan. Auf dem Kran warst du nicht, ne? Nö. Komisch. Ja, ich werd draufgehen. Kannst du ganz kurz umdrehen und mir helfen? Ja, ich hab keine Ausdauer. Perfekt. Ah, das ist die 7er. Da kann ich auch nichts machen. Warte. Ja. So kann ich ihn sowieso nicht abknallen. Alles gut. Fickst du? Ich muss erst mal hier dringen. Er versucht es wieder. Jetzt kommt wieder der 37er rein. Nicht meiner. Auch nicht meiner. Woher ich hinsche. So da hinten vielleicht nochmal? Äh. Voll. Dann kann man hier nochmal die Storages mitnehmen. Micromikrozyruid-Port. Heißt du zu? Äh. Nö. Warte, ich kann jemand sagen. Jungs, wo seid ihr? Äh. Das heißt. Microsoft einfach. Okay. Rolfart und Rubber. Gut, das... Stimmt, das konnte ich nicht mitnehmen. Deswegen. Ich hab einige Freunde. Wir können über alles reden. Wir müssen das nicht machen. Level 6. GG. Ich glaube, nehme ich. Ich glaube, ich nehme dich. Ich glaube, ich nehme dich. Ich glaube, ich nehme dich. Ja, sorry Leute, dass es gerade so ein bisschen Probleme gibt, aber kann ich auch nichts. Plastik. Brauchst du Metall? Nö. Hast du? Bei mir ist alles gut. Ich weiß nicht, ob du Metall brauchst. Nö. Okay. Ah, hier kommt man hin. Okay. Ich glaube, ich brauche mal Hilfe. Da nehme ich ein paar. Ja. Vielleicht da eine. Ach du Heiliger. Das sind das drei Arten. Eine lebt, glaube ich, noch. Alter, leck mich am Arsch. Ganzer Familie. Ja. Das ist nichts. Ich will eure Brüder so durchsuchen. Kann es vielleicht wirklich sein, dass eventuell... Das ist da hinten bei dem Anomaly-Ding. Warst du da? Bei welchem? Bei dem da. An der Ecke. Von... Das geht gleich schon. So. Ne, da war ich nicht. Ach du Heiliger. Gift. Wie lange? 20 Sekunden. 20 Sekunden. Also, alles ist gut, aber trotzdem ist es halt blöd. Immer gehen rein. Mich tritt das, dass... Kann nochmal 20 Shots droppen? Kannst du machen. Dankeschön. Was triggert dich? Äh, wenn man wasch ist, also jemand... Äh, man denkt, man hat es bekommen, ne? Äh, und dann, äh, steht ja natürlich, dass es jemand anderem gehört, ne? Und dann musst du halt Enter drücken. Oder einfach draufklicken mit der Maus. Ja. Ich gehe vielleicht in dieser einsamen Ecke hier. Oh, ey, das ist... Vor allen Dingen, dass es halt 5% sind. Warst du in dem... Laster hier? Nö. Warst du eigentlich in jedem Ding drin? In jeder Halle? In jeder Halle, ja. Na, vielleicht liegt es daran. Weil ich bin 100% in jeder Halle gewesen. Ach, ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche Hilfe, ja. Komm doch zu mir. 20 Sekunden. Mal 7. Meine Medipacks sind bald aufgebraucht, ne? Meine auf. Geh mal in jedes Ding rein. Mal gucken. Ja, ich brauche Widerhilfe. Wegen dieses Scheißdingern da. In dem letzten war ich ja mit dir drinnen. Da war ich ja mit dir drinnen. Ich denke wirklich, das ist ein Lager, wo du nicht drin warst. Ding ist, es ergibt ja nicht mal Sinn. Wieso? Weil ich in jedes Lager schon drinnen war. Hier war ich definitiv mit dir drinnen. So, das ist übrigens der Typ. Können wir dir helfen, Roto? Ich mache aber auch nur 17 Damage, ne? Ja, keck. Und das alles nur, weil ich scheiß 5% hier brauche. Aber ich will es halt wirklich... Das ist halt wirklich ein bisschen lästig, finde ich. Ich meine, klar, man will es ein bisschen spannend machen. Dies, das. Grasflaschen. Storagebox, die leer ist. Du hattest eine Anzeige bekommen, ne? Ja. Oder packt meins wiederum. Bezweifle ich. Du hast irgendwas nicht gemacht, safe. Jetzt so. Hast du? Ja. Ja, habe ich doch gesagt, du warst nicht in jedem Lager. Ich war in dem drinnen. Na, das bezweifle ich. Warum? Weil, bei dem bin ich mir sicher. Gut, ist ja auch egal. Okay, lass hier weg, ich will nicht mehr hier. Tschüss. Wir sagen пока und goodbye.